So, wir sind wieder mit uns im bösen Spielprogramm. Und es ist der Song, der das ganze Zeit nicht ausgelöst hat. Er steht auf der Rückseite meines T-Shirts. Und er kann auch auf der Rückseite eures T-Shirts stehen. Wer denn ein schwarzes T-Shirt kauft, die weißen, dann müsst ihr das selber aufschreiben, wenn ihr das machen wollt. Aber wir haben keine Eddings mit, das geht nicht. Und guck ihr! Oh, du kommst heut Abend in dir, ich spür die ganze WK. Und du schnittst den Küchenboden und du winn hast das EC. Dann schaust du in deine Garten, warum du denkst, oh Scheiß! Du Unwennstörer, gestern stand dir noch ein Kino rein. Und du bist voll am Verzweifeln, rufst den Nachbarn an. Und fragst sie noch mit dir nicht, ob er's reißen kann. Doch wer ist voll auf 180, und er schreit, no way! Du schnittst mir noch Kula Kula, ich fühle dich. Was machst du denn? Oh, you gotta fight for your rights! Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Und dann geht's um Reißkreiswälde. 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 Oh, was geht, Leute? Seid ihr mit mir ertau'n? Um den Reiß von gestern Abend in die Fahne zu hauen. Was? Was? Wir brauchen was? Was geht, Alter? Was? Was? Wir brauchen was? Was, Martin? Oh, was, Martin? Und du hast die schlauze Freundes kurz vorm Explodieren Du machst den Lachs jetzt nicht, du willst heut nix servieren Und auch ich krieg die Füße Opa mit nem vor den Lens Denn ich bin Onkel Hange und ich Onkel Benz Oh, you gotta fight for your eyes Pass mal, ey, pass mal, ey Oh, pass mal, pass mal, pass mal, pass mal, pass mal Oh, pass mal, tschee Pass mal, tschee Pass mal, ey An dieser Stelle ist es an uns, sich mal geflenkt zu bedanken Für die Leute, die das hier euer Abend möglich gemacht haben Das ist natürlich das wunderbare Team der Moritz-Gorscheid Der Moritz-Gorscheid Der Moritz-Gorscheid Der steht ganz besonders heraus durch die Menschen Der heute Abend für Licht und Ton zuständig ist Und ihr denkt euch, wie? Der hat diesen feinen Ton gemacht Und hatte damals noch Zeit, sich um die Technik des Lichtes zu kümmern? Sehr richtig Dieser Mann hat acht Arme Um diese verschiedenen Knöpfe alle zu bewegen Und die meisten bewegt er ausschließlich mit dem Gehirn Er sitzt drin im Rollstuhl und macht Mhhh, mehr Höhlen Ladies and Gentlemen, acht Arme ist nur eine seiner Stärke Er hat wahrscheinlich vier Penen Anders kann ich mehr Diese Potenz nicht erklären Ladies and Gentlemen, alle Technik Es ist der unfassbare Giro! Gesасть Bolt Der German Wanderkind Nein, es activity, 상태 Der German Wanderkind, der real Dircules Der real Dirtman Der Dirkonaut Der Dirk Unastix ist der Junge, der heute Abend hier diese Videotasten bedrückt. Man denkt, das ist ganz einfach. Man hängt die Kameras irgendwo hin, drückt dann Play und dann nimmt das schon auf. Mit dem Hinblick geht das ja auch. Alter, ihr ahnt es nicht. Der hat Lichtmessung durchgeführt, weil er das hier nicht zum Spaß macht. Weil er sich sagt, wenn ich das mache, dann soll das richtig gut werden. Der Junge hat seinen Freak gefunden und das ist ausschließlich positiv gemeint. Wenn ihr auch euren Freak findet, seid stolz darauf, macht es und führt es zu Perfektion. Er hat alles getan, er macht heute Abend die Videos für uns und das ist ganz, ganz großartig. Ladies and Gentlemen, packt einen Applaus aus, wie ihr so noch nie gehört wollt in der Hochzeit. Für den Kameramann, für den Schneider, für den Katzler, für den Drehbuchautor, dieses Geschirr, die goldene, die schwarze Kamera, die sagt, ja! Der ist immer einer vor die Kamera, das ist ja wesentlich, dass wir jetzt gerade die 16 sehen. Du kippst so schön. Ach, dann ist es die Wohnung, dass wir in meinem Kopf hier eine Rolle spielen. Geiler Typ, geiler Typ! Und Dirk macht das nicht alleine. Er hat einen Freund mit dabei, der ihn nicht nur gefahren hat, den geholfen hat, die Schweden-Stative zu tragen, in diesem tiefen, tiefen Kenner. Er hilft auch mit, steht mit dazu bei, dass wir vielleicht in ein paar Wochen oder Monaten ein paar schöne Erinnerungsfetzen, vielleicht auch sogar ein paar, also die so vielleicht ein paar Erinnerungsschlücken bei uns erschließen können, bei YouTube finden werden. Wir werden das Material sichten, da wird es auf jeden Fall ein paar Perlen von diesem Abend bei YouTube geben. Und da hat jemand auch beigetragen, der, ähm, Markus! Vielen Dank, Markus! Letztendlich ist es aber auch wichtig, wer auf dem Gründer zu sehen ist. Und da gibt mir Oskar für die beste Hauptfreude heute Abend an den guten Mann links von mir, von euch aus gesehen, rechts. Er ist einfach nicht nur wahnsinnig gut aussehen, protogen, sondern er kann auch noch gerade sprechen und einfach unfassbar gut Gitarre spielen. Ladies and Gentlemen, Hey, I'm praying in der 30-jährigen Spielmaschine. Good Mastermind! The only one! Good model fucking kickass! An der Lead-Gitarre! Der beste Niederlader! Diesseits der Werner! Wahrscheinlich ist der Werner der beste Niederlader! Zu dir, die dir auszählen! Und auf jeden Fall, mit der heute ein echt cooler Kumpel! Also, mach gern! Ladies, get your fixer! And close! Get your ladies! Not to get your fixer! Und zwar! Er ist noch Single! Aber lasst dich auf! Wir haben uns was dran! John! Spiel! LeBron! Ich glaube, es gibt nur eine Reaktion, die angebracht ist, meinem Kompagnon zu entgegnen und zu begegnen. Es ist unfassbar! Wir sind jetzt seit, ich glaube so acht Jahren, machen wir das, knapp acht Jahren. Und ich bin immer wieder dankbar, dass er das macht. Er hat es vielleicht mal kurz erwähnt, dass er Lehrer ist. Könnte mal durchgeschieden sein. Ihr müsst euch das vorstellen, er hat das mal so runtergespielt von wegen, ja, ich arbeite ja gar nicht richtig. Viele Leute denken, das rückt mich über Lehrer. Aber wenn man den Job wirklich ernst nimmt und das gut machen will, dann ist es ein schwerer Job. Und man tut viel Zeit und Energie rein und viel Liebe auch in seinem Alltag. Man macht sich eigentlich den ganzen Tag Gedanken. Und wenn er zufällig mal Zeit findet, was dank seiner großartigen Effektivität sogar häufiger am Tag gefällt ist. Er ist der Mensch des Zeitmanagements. Er hat sogar noch ganz viel Zeit, um sich über reiste ganze Spielbeschimpelange Gedanken zu machen. Er kommt immer wieder mit tollen Ideen wie, ach wir machen einfach mal eine Actioncard, wo wir drauf sind. An der Panzer-Content, ich setz mich mal rein, ich mach das mal klar. Aufnäher, auch wenn ich sie heute vergessen habe, aber ich bring das. Und mach einfach mal, gib einfach mal Aufnäher in den Allantrag, was auch immer. Er macht ganz viele Sachen. Und neben diesem guten Job, den er schon fast komplett ausfüllt, ist er 60 Abende im Jahr mit mir unterwegs. Und es ist unfassbar, jeder aus unserem Freundeskreis fragt sich, wo kommt diese Energie her? Ja, ich weiß es bis heute noch nicht. Deswegen einen ratlosen, faszinierenden Applaus und einen lauten Applaus für diese unfassbaren Typen aus Bux der Hude. Onkel Anke! Geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ, geiler Typ. Wenn du schon, wenn du es Like im Kreuz смотреть schriest... hover z'Rpool ab Endic� Schule haben. Was immer. 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 Was immer! Iclamation Charlotte und Zeugdrage hatten, ich versuchte uns die weltfläche Herausforderung! Ich freue mich für deine Freunde, wir waren hier im Studio, ich weiß nicht, wir haben da, wir waren fantastisch für unser Style, da gibt uns kommen, tschau! Dasividuen Sie ist mit uns blieben, es gibt uns zufrieden, wir haben hier mit uns und übrigen Wumal.